Liebe Kliblatt-Fans, ihr habt mitbekommen, die Bayerische Staatsregierung hat Großveranstaltungen ab 1000 Besucher abgesagt. Das betrifft natürlich auch unser Heimspiel am kommenden Freitag gegen den Hamburger Sportverein. Es tut uns natürlich in der Seele weh, dass am Freitag das Spiel ohne Zuschauer stattfinden soll. Da, wo ihr normalerweise steht, stehe ich jetzt hier. Es ist natürlich super bitter, dass wir auf eure Unterstützung verzichten müssen. Wir danken euch schon jetzt für den großartigen Zuspruch, den wir direkt nach der Veröffentlichung unserer Meldung über die Social Media Kanäle und per E-Mail erhalten haben. Wir sind natürlich super erfreut und zeigt eigentlich, wie ihr zu eurem Kleeblatt steht. Das freut uns und das ehrt euch umso mehr. Gemeinsam werden wir durch diese herausfordernden Zeiten gehen. Wir zusammen, statt du allein. here at z glade sch